Ich trage ein blaues Hemd. Ich trage ein blaues Hemd. Der Film beginnt um 19 Uhr. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Ich gehe gerne im Park spazieren. Ich gehe gerne im Park spazieren. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe die Herbstfarben. Ich liebe die Herbstfarben. Kannst du Gitarre spielen? Kannst du Gitarre spielen? Ich kann ein paar Akkorde spielen. Ich kann ein paar Akkorde spielen. Wie weit ist der Bahnhof von hier entfernt? Wie weit ist der Bahnhof von hier entfernt? Kann ich am Bahnhof ein Ticket kaufen? Ich trage ein blaues Hemd. Der Film beginnt um 19 Uhr. Der Film beginnt um 19 Uhr. Es ist ein schöner Tag. Ich gehe gerne im Park spazieren. Ich gehe gerne im Park spazieren. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe die Herbstfarben. Ich liebe die Herbstfarben. Ich liebe die Herbstfarben. Kannst du Gitarre spielen? Kannst du Gitarre spielen? Kannst du Gitarre spielen? Ich kann ein paar Akkorde spielen. Ich kann ein paar Akkorde spielen. Ich kann ein paar Akkorde spielen. Wie weit ist der Bahnhof von hier entfernt? Wie weit ist der Bahnhof von hier entfernt? Kann ich am Bahnhof ein Ticket kaufen? 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 Vielen Dank.